Ja hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal FL Flow. Heute habe ich mal ein paar Tipps für euch vorbereitet. Und zwar habe ich ja schon ein paar Vocal Mixing Tutorials produziert. Und mich schreiben trotzdem ganz viele Leute auf Instagram an. Mensch Florian, ich habe schon ganz viele Tutorials im Internet mir angeschaut zum Thema Vocal Mixing. Aber irgendwie klingen meine Vocals immer noch nicht so gut. Die passen irgendwie gar nicht zum Mix, die klingen gar nicht hochwertig. Deshalb habe ich mich mal hingesetzt und mir mal so ein paar Punkte notiert, die meiner Meinung nach wichtig sind. Heute werfen wir den Blick nicht unbedingt aufs Mixing, sondern auch auf ganz viele andere Faktoren, die in der Produktion eine wichtige Rolle spielen. Starten wir beim ersten Punkt, das ist unser Mikrofon. Und um es genauer zu sagen, unsere Mikrofonqualität. Also das ist ein eher technischer Punkt. Und wenn ihr ein günstiges Mikrofon habt, was der logische Punkt ist, zum Beispiel ein USB-Mikrofon, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dies nicht so hochwertig klingt, wie ein Mikrofon, was ihr an einem Interface angeschlossen habt und was vielleicht ein bisschen teurer war. Wenn man da was günstiges kauft, dann kauft man eh früher oder später ein teureres. Deshalb greift nicht zu günstigen Mikrofonen. Ich hatte lange Zeit mal, jetzt so für Podcasts oder für YouTube-Videos, das AUNA Mic 900B. Ist auf jeden Fall ein praktisches USB-Mikrofon, ist relativ günstig. Mittlerweile spreche ich hier gerade in das Rode NT1. Das ist auch ein ziemlich gutes Mikrofon. Wie gesagt, spart nicht beim Punkt Mikrofon. Meinetwegen investiert ihr euer Geld nicht in Plugins, sondern nutzt die Free-Plugins und habt dafür ein hochwertiges Mikrofon. Der nächste Punkt ist, wenn ihr bereits ein Mikrofon habt, die Distanz zu eurem Mikrofon. Das ist ein Punkt, der sehr unterschätzt wird. Viele Leute gehen, gerade am Anfang höre ich bei vielen Songs, die mir eingeschickt werden, auch von vielen Einsteigern, sie gehen sehr, sehr nah ans Mikrofon. Das Problem ist, dass ihr somit den Bass sehr, sehr in den Vordergrund drückt. Und wenn ihr gerade schon eine basslastige Stimme habt, dann kann das auch zum Problem im Mixing werden. Das heißt, egal was ihr im Mixing macht, es wird euch nicht helfen. Ihr könnt den Bass zwar rausnehmen, aber ihr habt immer noch diese Betonung drin. Probiert ruhig mal ein bisschen rum, geht ein bisschen weiter vom Mikrofon weg, geht ein bisschen weiter ran und macht so ein paar Testaufnahmen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, 20 cm, dann sprecht ihr ein bisschen was, dann sagt ihr 10 cm, sprecht ihr ein bisschen was, sodass ihr so ein paar Distanzen ausprobieren könnt und dann nachher am PC sehen könnt, bei welcher Aufnahme das Ganze für euch perfekt war. Das kann auch pro Song variieren. Also es kann auch sein, dass ihr sagt, Mensch, bei dem Song halte ich lieber ein bisschen mehr Abstand, bei dem Song gehe ich dich da ran. Je nachdem, welchen Vibe, sage ich jetzt mal, ihr erzielen wollt, welche Stimmung ihr da mit reinbringen wollt, müsst ihr ein bisschen schauen. Aber gerade wenn ihr eine tiefere Stimme habt, ein bisschen mehr Bass, dann geht ein bisschen weiter zurück, dann schont ihr auch den Bass und dann habt ihr ein bisschen ausgeglicheneres Stimmbild. Das ist dann auch ein bisschen angenehmer, wenn ihr das Ganze mischt. Der nächste Punkt ist nicht mehr der Punkt, wie eure Aufnahme ist, sondern ihr wollt ja auch eure Aufnahme mischen. Und wenn ihr was mischt, dann müsst ihr das ja abhören. Das kann ein Kopfhörer sein, das können Studiomonitore, also Boxen sein, das kann alles Mögliche sein. Und wenn eure Qualität eurer Abhörgeräte, sagen wir jetzt mal Kopfhörer, nicht gut ist, dann könnt ihr natürlich auch nicht gut mischen. Die Sache ist, wenn ihr zum Beispiel immer auf günstigen Monitoren mischt, also zum Beispiel auf günstigen Boxen, das kann ja irgendwas sein, und ihr habt keine Erfahrung, dann ist es relativ schwierig für euch, da einen guten Mix hinzubekommen. Gut, sagen wir jetzt, ihr habt mehr Erfahrung und ihr kennt eure Boxen in- und auswendig und wisst, wie diese klingen, dann könnt ihr auch darauf gut mischen. Aber gerade als Einsteiger habt ihr vielleicht nicht die Referenz und wisst vielleicht gar nicht, was ihr machen müsst, damit das gut klingt, nicht nur auf euren Boxen, sondern auch auf anderen Geräten. Von daher guckt, dass ihr gute Geräte habt, womit ihr eure Produktion abhören könnt. Jetzt könnt ihr sagen, ja, Mensch, ich kaufe mir doch mal Boxen, die kosten ein bisschen mehr. Das könnt ihr gerne machen. Kleiner Tipp, wenn ihr nicht so viel Geld habt, greift lieber zu Kopfhörern, Kopfhörern geben euch da einen wesentlich besseren Sound als günstigere Boxen. Meiner Meinung nach, es gibt gute Kopfhörer, zum Beispiel von Superlux empfehle ich immer wieder die HD681. Nicht die Evo-Version, die ist meiner Meinung nach nicht so gut, sondern die normale Version. Die Evo-Version ist die neuere, aber ich finde, die ältere ist ein bisschen besser. Also achtet ruhig da drauf, wenn ihr Kopfhörer kauft, dann die HD681. Sind meiner Meinung nach ein gutes Einsteigermodell. Wenn ihr jetzt mehr auf Präzision arbeiten wollt, könnt ihr auch die bei Dynamic DT990 Pro nehmen oder wie ich sie habe, die DT880 Pro. Da müsst ihr eben schauen, was euch da ein bisschen besser gefällt. Aber achtet, wie gesagt, darauf, dass ihr was Gutes zum Abhören habt. Ja, wenn ihr jetzt Boxen haben wollt, könnt ihr vielleicht zum Beispiel welche von M-Audio nehmen. Also meine sind ja auch von M-Audio. Ist ein relativ günstiges Modell und das ist für den Einstieg auch mehr als ausreichend. Der nächste Punkt ist, wie ihr singt. Und das wird auch sehr, sehr oft unterschätzt, weil man sagt, Mensch, ich habe ein tolles Mikrofon, ich habe die Distanz eingehalten, ich habe wirklich alles getan, aber die Aufnahme klingt nicht gut. Und bei ganz vielen Leuten ist es so, sie fixieren sich auf die Technik und gucken hier das Ganze technisch. So muss ich das abmischen, ich muss hier den Bass ein bisschen rausnehmen, da die Höhen anheben. So, das ist der Fokus von vielen. Aber fokussiert euch mal wirklich darauf, wie eure Aufnahme ist. Achtet drauf, dass eure Aufnahme auch ohne jeglichen Equalizer, Kompressor und so weiter und so fort schon mal gut klingt. Ja, also guckt ruhig, habt eine hochwertige Aufnahme. Wie könnt ihr die ganze Aufnahme so erreichen? Indem ihr, erster Punkt, eine optimale Lautstärke habt. Es wird oft unterschätzt. Viele schicken mir eine Aufnahme und sagen, wie klingt das Ganze. Ich sage meistens oder sage relativ oft, klingt an sich ganz gut, aber sing mal ein bisschen lauter und gehe mal ein bisschen weiter vom Mikrofon entfernt. Wenn ihr leise singt und ihr geht dichter ins Mikrofon, kann das ein cooles Stilmittel sein. Aber bei den Songs, zum Beispiel bei Rap oder so, ist es sehr gängig, dass man ein bisschen weiter vom Mikrofon meistens eventuell weggeht und dann ein bisschen lauter rappt und singt. Ihr denkt zwar, ihr singt laut genug, packt mal noch eine Schippe rauf, singt mal noch ein bisschen lauter. Ihr werdet schon viel mehr Erfolg haben. Der nächste Punkt ist hier auch, achtet wirklich darauf, dass ihr in dem Gefühl drin seid. Also, was ich immer ganz gerne mache oder empfehle, ist bei Leuten, dass ich sage, Mensch, bevor wir jetzt aufnehmen, singst du dich erstmal fünf Minuten ein. Meinetwegen schrei ins Mikrofon, mach, wie du willst. Fang erstmal ein bisschen an. Sing erstmal und da sing auch laut. Sing richtig, richtig laut. Die Szene, die du normalerweise leiser singst, singst du jetzt nochmal ein bisschen lauter. So, und dann seid ihr richtig im Gefühl drin. Und dann startet ihr die Aufnahme und fangt an. Dann könnt ihr auch mal ein bisschen leiser singen. Aber somit habt ihr direkt mehr Power, mehr Kraft in der Stimme. Ihr könnt ein bisschen präsenter singen. Ihr habt eine ganz andere Stimme, ihr habt eine ganz andere Art und Weise zu singen. Also, achtet ruhig darauf, auch, dass ihr persönlich, unabhängig von der Technik, in dem Gefühl seid. Weil das wird oft unterschätzt. Das versaut euch sonst den ganzen Mixing-Prozess. Und ihr könnt euch ja mal testweise, wenn ihr Mixing üben wollt, könnt ihr mal im Internet eingeben, Vocal Stamps oder Vocal Samples. Und dann gebt ihr einfach dahinter ein, weiß ich, Aufnahme oder unbearbeitet, unmixt, wie auch immer. Guckt mal so ein bisschen, sucht mal eine Aufnahme und probiert da erstmal rum. Und dann werdet ihr schon direkt Vergleich zu eurer Stimme ziehen können. Dann werdet ihr direkt als Referenz sehen, Mensch, gehe ich weiter zurück. Nehme ich eine andere Haltung ein. So, und dann werdet ihr auch schon ganz andere Qualität erzielen. Ich hoffe, die paar Tipps haben euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Einblick darüber, was man machen kann, um eben seine Stimme ein bisschen mehr zu verbessern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Habt einen schönen Tag. Tschüss.